Hallo zusammen, ich bin Sammy und das hier, das ist mein Zuhause. Die Mutter hat gesagt, der Wald ist mega wichtig. Er baut die Luft sauber und macht das Wasser klar. Der Papa liebt seine Arbeit in der Natur und dank ihm haben wir immer genug Holz zum Häuschen bauen. Ganz viele Leute lieben auch hier zuhause. Aber die Förster haben gesagt, das alles kostet etwas. Und wir alle zusammen konnten es unterstützen. Sag ja, für unseren Wald.